Unser Abteilungsleiter, der jetzt noch nicht da ist, aber wir werden es rausrichten, sagt, Karl-Heinz Rattel, sowie allen heutigen Helfern, Claudia für den Verkostungsstand, Manni für den Leipziger, Günther für die Kasse, sowie wenigen, die uns Speise und Getränke mitgebracht haben. Bedürfnig in Litzbach möchte ich ebenfalls unser heutiges Schiedsrichter gespannt. Dieses wird heute angeführt von Oberschiedsrichter Johannes Bühhorn vom TV-Liedenhof. Er wird unterstützt von Herrn Nils Dünninger, sowie Martin Herzog vom Unterwurmbach. Auch begrüßen möchte ich unseren heutigen Gegner aus Hohenstein, die gestern schon ihr Auftragsspiel in der Feldkrieg 6 zu 2 gewonnen haben. Die Gäste aus Hohenstein belegen letztes Jahr einen 5er-Bellenplatz in der Bundesliga und es sind schon seit mehreren Jahren hier sehr aktiv. Unsere Gäste drehen heute in folgender Besetzung an. An Nummer 6, Karl Zimmermann. An Nummer 5, Andrej Guilhermanos. An Position 4, die grüßen wir, Johann Buschinger. An Position 3, spielt bei den letzten Neu, eigentliche Übersicht mit Neumann-Mann. An Position 2, spielt der Christine Goldfuckern. Letztes Jahr haben wir mit Wolstein einen Bundesliga-Aktiv. Wir begrüßen den links beim Hauptstadtstiftnerin Hermann Lübber. Der Schützenspieler der Gäste ist seit einigen Jahren im Wolstein-Aktiv. Letztes Jahr mit einer 20 zu 15-Pilanz, Tenoša Horeci. In der Gäste sind zwei Gäste auf Doppel 1, Hoheci in Neumann-Mann und zwei, Wilbars Dürrmann. Der GSV Lindstrach stellt heute folgende Aufstellung der 77. An die Position 5. Er hat den D. von der Oberlinie gegen die Bundesliga-Mund in der letzten Jahr und mit einer 20 zu 0 begangen in dem Fahrzeug. Wir begrüßen den Toplas Ure. An Position 4, mein Mann mit reichlich guten Sieger Erfahrung aus seiner Zeit beim Team Cirol war, mittlerweile auch schon seit 3 Jahren bei uns, Chica Chris. Auch Position 3, auch schon seit 4 Jahren hier, unser Gastpapeter aus Städte, Peter Husni. Auf Position 2, unser erster Neuzugang auf unserer Seite. Er ist Topfanspieler seitens Heimatland in Indien. Letzte Woche wurde indischer Meister, den Herrn Doppel. Herzlich Willkommen im Infam, Team Chandra. Applaus An Position 1, ebenfalls ein Neuzugang. Letztes, letztes Jahr, bevor wir in den letzten 10 Jahren in der tollen Superliga-Aktie. Wir begrüßen recht herzlich Bogusrat Kocznik. In den Doppeln spielt der CSU mit Doppel 1, Chandra Erez und Doppel 2, Kocznik Ritz. Die genaue Einzelaufstellung, die wir hier, sind die Gäste nachgedommen, erst bekannt. Wir starten auf Tisch 1, die Sonne, mit Chandra Erez gegen Haureshi Neumann-Wanz. Und auf Tisch 2, Kocznik Ritz gegen Mundach Zimmermann. Ein kurzes Wort noch zum organisatorischen Ablauf. Wir springen bis zum 6. Punkt, nicht wie in den letzten Jahren, alle Spiele aus. Also nach 6, ja Punkt, weil 6 zu 0 ist vorbei, oder 5 zu 5. Wir beginnen bekannterweise mit dem weiten Eingangsdoppel. Danach die 2-1 im ersten Tag heute. Danach haben wir eine Viertelstunde Pause. Ja, die perfekte Gelegenheit, die Claudia in einem Verkostungsstand zu besuchen. Jetzt wünsche ich uns allen spannende Spiele, viel Spaß und der besseren Mannschaft den Sieg. Vielen Dank.